Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Am vergangenen Wochenende fand zum neunten Mal der Friendly Fire Spenden Stream statt. Und bereits zum fünften Mal, also ein kleines Jubiläum für mich, habe ich das passende Friendly Fire Gemälde dazu gemalt. Dieses Bild wurde von mir versteigert und der Erlös geht an die Spendenaktion. Es ist nicht wenig zusammengekommen, nämlich genau 2235 Euro. Ich finde, das kann uns nicht sehen lassen. Kurz zum Bild. Es ist 100 x 70 cm groß und wurde natürlich komplett mit Pastellgrade gemalt. Und dafür habe ich knapp 30 Stunden gebraucht, inklusive der Vorskizzen. Bonus ist, dass die Hauptcrew von Friendly Fire auch das Bild signiert hat. Übrigens lohnt sich auch bis zum Ende des Videos dran zu bleiben. Da sieht man nämlich noch, wie das Bild signiert wurde. So, und nun geht's los. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.